Hallo, und da bin ich wieder. Es ist... Der Soundcheck ist scheiße gelaufen. Ohne Witz. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich kann den Sound von dem Spiel nicht einfach leiser stellen. Das Problem ist, wenn ich desto tiefer ich komme, desto lauter wird der Ingame-Sound. Ein schönes Special, muss ich zugeben, aber... Das stört mich bei den Aufnahmen. Anfangs dachte ich, ja, ja, das wird's. Aber... Im Laufe der Zeit? Nein. Doch nicht mit mir, hallo. Furchtbar. Ich will nur gucken, ob das auch vom Sound her so jetzt in Ordnung ist, weil... Das war furchtbar. Das ist total übersteuert. Da habt ihr gar nichts von. Oh mein Gott. Was war das? Wo war das? Besuchen, jetzt.